Kapitel 3 Frühe europäische Kolonien Worum handelt es sich in Kapitel 3? Nach den Entdeckungsreisen von Giovanni Caboto und Jacques Cartier verloren Frankreich und Großbritannien für viele Jahre das Interesse an der Erforschung von Nordamerika. Sie konzentrierten sich mehr auf die Kabeljörfischerei vor der Nordostküste. Anfang des 17. Jahrhunderts änderte sich, dass Frankreich und Großbritannien begannen, Kolonien in Nordamerika zu etablieren. Die Kolonien zielten darauf, neue Ressourcen zu gewinnen und zu steuern. Dieses Kapitel handelt von diesen Kolonien, besonders Neufrankreich. In den Ländern, die später Kanada wurden, war Neufrankreich das erste, dauerhafte, europäische Fundament. Diese Tatsache legt den Grundstein für unser Land. Hauptfragen Welchen Zweck erfüllen Kolonien? Was waren die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den französischen und britischen Kolonien in Nordamerika? Welche Auswirkungen hatte Kolonisierung auf die First Nations? Was charakterisierte die Kolonie von Neufrankreich? Kapitelaufgabe Skizziere ein Theaterstück Passt Liebes Theater gefördert von der Freunde der Geschichtsgesellschaft Startseite Casting-Abteilung Audition-Team Bühnenbild Kontakt Tritt ein in unsere Welt stürzt dich in Abenteuer Past Liebes ist eine Theatergesellschaft, die sich auf historische Theaterstücke spezialisiert. Die Gesellschaft bereitet ein Theaterstück über das Leben in Neufrankreich zwischen 1608 und 1700 für die kommende Theatersaison vor. Das Theaterstück wird sich auf drei Themen konzentrieren. Der Zweck von Neufrankreich als eine Kolonie Der Einfluss der französischen Regierung und der katholischen Kirche auf das Alltagsleben der Leute in Neufrankreich Die Auswirkungen der Entwicklung Neufrankreichs auf die First Nations Wir brauchen deine Talente Wende dich an eine der folgenden Past Liebes Abteilungen mit einem Vorschlag für das Theaterstück A. Casting-Abteilung Beschreibe deiner Meinung nach und im Hinblick auf die drei Themen, Menschentypen, die im Theaterstück dargestellt werden sollen. Beschreibe die Beziehungen zwischen diesen Menschen, damit wir die Figuren und Szenen erstellen können. B. Bühnenbild Skizziere eine Reihe von Spielorten, wo die Handlung des Stückes stattfinden kann. Schlage wenigstens eine Skizze für jedes der drei Themen vor. Bereite eine mündliche oder schriftliche Erklärung zum Zweck jedes Spielorts vor, um jedes der drei Themen besser auszuarbeiten. C. Audition-Team Glaubst du, du würdest selber am Theaterstück teilnehmen? Schicke uns eine Aufnahme von dir, in der du die Aufgaben der Figur beschreibst, die du gern spielen würdest, und auch warum diese Figur dir gefällt. Erkläre deine Wahl mit Hintergrundinformationen über die drei Themen. Vielleicht wirst du in der kommenden Saison Mitglied unseres künstlerischen Teams. Frankreich und Großbritannien etablieren Kolonien in Nordamerika. Bereite dich vor. In diesem Abschnitt gibt es Informationen, um die erste Hauptfrage des Kapitels zu beantworten. Welchen Zweck erfüllen Kolonien? Während du durch diesen Abschnitt arbeitest, denk an die Motivationen von europäischen Ländern, Kolonien zu gründen. Probiere es mal, ein grafisches Mittel anzuwenden, um die wichtigsten Informationen auszuwählen und zu sammeln. Was ist eine Kolonie? Kolonien und Imperialismus gehören zusammen. Imperialismus ist eine Politik, ein offizielles Ziel eines Landes, um andere Regionen der Welt zu beherrschen. Eine Kolonie ist ein Gebiet, das auf diese Art und Weise von einem anderen Land beherrscht wird. Das Land schickt manchmal Kolonisten oder Siedler, um in dem Gebiet zu leben, damit sie Kontrolle über das Land gewinnen. Kolonien versorgten europäische Länder mit Rohstoffen, die dort abschließend zu Fertigwaren verarbeitet wurden. Europäische Länder verkauften die Fertigwaren auf der ganzen Welt und auch zurück in ihren Kolonien, um Gewinn zu machen. Europäische Länder stellten die ökonomischen Regeln auf, die ihre Kolonien befolgen mussten. Sie setzten einen sehr niedrigen Preis für Rohstoffe und einen sehr hohen Preis für Fertigwaren an. Diese Regeln führten zu einem ökonomischen System, bekannt als Merkantilismus, das geplant wurde, um europäische Länder reich zu machen. Die Kolonie, ein Gebiet, beansprucht und regiert von einem Land aus einem anderen Teil der Welt. Der Merkantilismus, ein geregeltes ökonomisches System, wobei ein Land durch die Ressourcen seiner Kolonien reich wird. Merkantilismus Europäische Kolonie Besorgt billige Rohstoffe, ZB Biberpelze Europäisches Land Verarbeitet und verkauft teure Fertigwaren, ZB Biberpelzhüte Gewinn für das europäische Land Was ist ein Monopol? Europäische Herrscher und Händler setzten ein System von Monopolen durch, um das Land und die Ressourcen in Nordamerika zu beanspruchen und um Kolonien zu etablieren. Bei einem Monopol gab ein Herrscher einem Händler oder einer Gruppe von Händlern einen besonderen ökonomischen Vorteil. Nur jener Händler, keine anderen, dürfte Geld aus der Kolonie verdienen. Als Gegenleistung versprach der Händler, eine dauerhafte Siedlung zu gründen, um geeignete Ressourcen auszunutzen. Die Krone erklärte die Regeln und Rechte dieser Vereinbarung in einer Charta, deshalb wurden Monopole oft Charta-Gesellschaften genannt. Das Monopol, die völlige Kontrolle über Ressourcen durch eine einzige Gesellschaft. Die Charta, eine Reihe von Regeln und Privilegien, die ein König oder eine Königin einer Gesellschaft gewährt. Wie unterschieden sich französischer und britischer Imperialismus? Als Frankreich und Großbritannien die Beherrschung von Nordamerika durch Kolonisierung anstrebten, entstanden unterschiedliche Arten von Imperialismus. Britische Kolonisten wollten Land für Farmen. Französische Kolonisten wollten Ressourcen, wie ZB Pelze. Dieser Unterschied prägte, wie Großbritannien und Frankreich die Leute ansahen, die schon in Nordamerika lebten, die First Nations. Britische Kolonisten sahen die First Nations zumeist als Hindernisse an. Sie besaßen das Land, das die Briten wollten. Französische Kolonisten sahen die First Nations zumeist als Partner an. Sie könnten dabei helfen, Ressourcen auszunutzen. Sowohl Frankreich als auch Großbritannien sahen nichtchristliche Völker wie die First Nations als minderwertig an. Die Briten verdrängten in Nordamerika die First Nations, als sie ihre Kolonien etablierten. Die Franzosen unternahmen Schritte, um die First Nations zum Katholizismus, ihrer Religion, zu bekehren. Beantworte Inwiefern drücken die britischen und französischen Arten des Imperialismus in Nordamerika unterschiedliche Ideen von Staatsangehörigkeit aus? Wer gehört dazu und wer nicht? Erster Inwiefern gehörten die First Nations zur Gesellschaft, die von Frankreich aufgebaut wurde? Inwiefern gehörten sie nicht dazu? Zweiter Was charakterisierte die britische Beziehung zu den First Nations? Dritter Deiner Meinung nach, welche Art des Imperialismus könnte die größten Auswirkungen auf die First Nations gehabt haben, die französische oder die britische? Warum? Geschichte geschieht Ausgabe für das 20. Jahrhundert Dietz Zeitung der Vergangenheit für den heutigen Leser Europa erliegt Hutwahn Von Beatrix Kraneös, der zeitreisenden Reporterin Paris Eine neue Versorgung mit Biberpelzen aus Neufrankreich hat den Männern und Frauen der Mode versichert, dass sie weiterhin das wesentliche Kleidungsstück kaufen können, den Biberfelshot Die Nachfrage nach Biberhüten ist in den letzten paar Jahren sprunghaft angestiegen Eine Abnahme von Pelzen aus Russland, wo der Fang den Biber fast ausgerottet hat, beunruhigte die Trendsetter in ganz Europa Die Hüte sind bereits ein Statussymbol geworden Ich gehe nie ohne meinen aus, bemerkte ein gut gekleideter Herr, der anonym bleiben wollte Du musst nur meinen Hut anschauen, um zu sehen, wie wichtig ich bin Die teuersten Hüte sind aus reinem Biberfilz und haben sehr breite Ränder Die Ränder haben keinen Nutzen außer zu zeigen, wie viel der Besitzer für seinen Hut ausgeben kann Manche Hüte, wie der Dreispitzhut, haben sogar derart breite Ränder, dass viele Leute die Hüte jetzt mit permanent hochgesteckten Rändern tragen Biberfilz stammt vom weichen Unterfell des Bibers Um ihn zu verarbeiten, wird das Unterfell von der Haut getrennt und danach mit Chemikalien zusammengedrückt Biberfilz ist weich, glänzend und wasserdicht Hüte dich vor Nachahmungen, warnt ein Modeexperte Billiger Filz enthält nur 20 oder 30 Prozent Biberpelz Der Rest ist Kaninchen- oder Robbenpelz oder gar Maulwurfpelz Wenn du einen guten Hut willst, musst du den Preis zahlen Betrachte es als eine Investition Ich kenne Leute, die ihre Hüte ihren Kindern vererbt haben Ich habe gehört, du kannst sogar ein Grundstück mit Hüten kaufen Jemand hat doch die Nantucket-Insel vor einiger Zeit für 30 Pfund und zwei Biberhüte gekauft, oder? Hutmacher und die Modebewussten machen sich große Sorgen Seit sie Gerüchte gehört haben, dass Kriege mit den Haudenusernähe die Versorgung von Biberpelzen verringern oder sogar ganz einstellen könnten Alle hoffen darauf, dass die Krone diese Gefahr bald lösen wird, damit die Biberpelze auch weiterhin geliefert werden Dieser fröhliche Herstand-Pose für unseren Straßenmaler Schöner Hut Eine große Auswahl an Stilen Gesundheitsprobleme dargelegt Paris, manche Hutmacher haben sich darüber beklagt, dass sie an, naja, Hutmacher-Syndrom leiden Fast alle Hutmacher entwickeln Probleme mit Muskelzucken und Schwierigkeiten beim Sprechen und Denken Vielleicht ist es das Quecksilber, vermutete einer in einem lichten Moment Wir verwenden Quecksilber, um den Biberpelz aufzubereiten, damit er gut als Filz benutzt werden kann Hutmacher haben ihre Kunden beruhigt, dass die Biberfilzhüte kein Risiko für Volksgesundheit darstellen Ich würde aber keinen Hut essen, bemerkte einer Die Primärquelle Eine originale Information, wie ZB ein Dokument oder ein Bild Beantworte Erst da ein europäischer Modeartikel, Biberpelzhüte, beschleunigte die Entwicklung von Neufrankreich Welche Rolle spielt die Mode in unserem Leben und unserer Ökonomie heute? Gibt es heute irgendwelche Modeartikel, die, wie die Hüte in Neufrankreich, große Einflüsse ausüben? Zweiter Ein großes, modernes Unternehmen heuert Menschen in einem fremden Land an, um T-Shirts für Teenager in Kanada herzustellen Das Unternehmen bezahlt diesen Arbeitern viel weniger, als es kanadischen Arbeitern bezahlen müsste Das Unternehmen erzielt einen großen Gewinn, von dem aber nichts zu den Arbeitern in dem fremden Land gelangt Wie würdest du dich fühlen, wenn du ein Arbeiter in dem fremden Land wärst? Wie würdest du dich fühlen, wenn du in dem Land wohntest, das den Gewinn erzielt? Würdest du dieses System persönlich unterstützen, wenn du billigere Kleidung haben könntest? Welche Gemeinsamkeiten hat dieses System mit Kolonisierung? Welchen Zweck erfüllten Kolonien? Dritte Geschichte geschieht ist eine fiktive Zeitung, die über historische Ereignisse für die heutigen Leser berichtet Wie erkennst du, dass der Artikel Europa erliegt Hutwahn, keine Primärquelle ist? Wie beschreibt die Reporterin sich zum Beispiel auf ihrer Namenszeile? Welche modernen Wörter und Redewendungen kannst du finden, die die Menschen zu dieser Zeit nicht wirklich verwendet hätten? Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen französischen und britischen Kolonien Bereite dich vor In diesem Abschnitt gibt es Informationen, um diese Hauptfrage des Kapitels zu beantworten Was charakterisierte französische und britische Kolonien in Nordamerika? Du wirst die Informationen nutzen, um an einem Frage- und Antwort-Wettstreit teilzunehmen Du musst Beispiele für Gemeinsamkeiten und Unterschiede für folgende Punkte auflisten Die französische Kolonie Neufrankreich Die britischen 13 Kolonien Das Gebiet Rupertsland, das von Großbritannien beansprucht wurde Welche Art von grafischen Mitteln würde dir helfen, Informationen zu sammeln und aufzuschreiben? Schlage im Kompetenzbereich auf Seiten 388 bis 390 nach Der Frage- und Antwort-Wettstreit Benutze die Landkarte, die Zeittafel und die Hintergrundinformationen in diesem Abschnitt Um gute Fragen über Neufrankreich und die Kolonien, die Großbritannien in Nordamerika etablierte, zu entwickeln Eine gute Frage kommt an die wichtigen Ideen heran und nicht nur an einzelne Fakten Im Fachbereich Geschichte bewirkt eine gute Fragestellung, dass Menschen denken und bewerten und nicht nur Namen, Daten und Zahlen aufsagen Angesichts der Ziele einer guten Frage, welche Merkmale hätte deiner Meinung nach eine gute Antwort? Entwickle eine gute Frage, die sich mit jeder dieser Ideen beschäftigt Ursache und Wirkung Geografische Herausforderungen und Probleme Herausforderungen von Koexistenz Demografie Imperialismus Ökonomische Struktur Soziale Struktur Tausch deine Fragen mit einer anderen Person in deiner Klasse aus Gib dein Bestes, die guten Fragen deiner Mitschüler mit guten Antworten zu beantworten Die Koexistenz, zwei oder mehr Völker mit unterschiedlichen Kulturen, die friedlich zusammenleben Zeittafel von Neufrankreich Im Jahr 1608, Gründung von Québec In den Jahren 1609 bis 1701 Franzosen und Haudenosaunee-Krieg Frankreich Die Kichesipreni, die Aundat, die Anis-Hinabe und die Innu führen Krieg gegen die Haudenosaunee um Kontrolle über den Pelzhandel zu erlangen Im Jahr 1627 Compagnie des Cent-Assozis Frankreich gründet diese Gesellschaft, ein Pelzhandel-Monopol, um Wachstum und Weiterentwicklung in Neufrankreich zu fördern In den Jahren 1629 bis 1632 Großbritannien kontrolliert Québec Die Gebrüderkirke, britische Abenteurer, erobern Québec während einer Auseinandersetzung zwischen Großbritannien und Frankreich Im Im Jahr 1632 erhält Frankreich Québec von Großbritannien zurück Im Jahr 1645 Kommunorte des Habitants Frankreich überträgt einer neuen Gruppe die Verantwortung für den Pelzhandel, in dem Bemühen, Kolonisierung in Neufrankreich anzutreiben In den Jahren 1654 bis 1667 Großbritannien kontrolliert Arkadien Arkadien geht in neue Hände über während einer Auseinandersetzung zwischen Frankreich und Großbritannien Ein Vertrag gibt Frankreich im Im Jahr 1667 Arkadien zurück Im Jahr 1663 Königliche Regierung von Neufrankreich Louis XIV, König von Frankreich, löst die Kommunorte des Habitants auf und übernimmt direkte Kontrolle über Neufrankreich und den Pelzhandel Im Jahr 1670 Hudson's Bay Company Großbritannien gründet dieses Pelzhandel-Monopol mit Rupertsland als sein Gebiet Im Jahr 1713 Vertrag von Utrecht, Großbritannien gewinnt Kontrolle über einen Großteil Arkadiens Der Vertrag von Utrecht beendet einen Krieg zwischen Großbritannien und Frankreich in Europa, den spanischen Erbfolgekrieg, und führt zu einem permanenten Gebietsaustausch in Nordamerika In den Jahren 1713 bis 1752 Krieg zwischen den M. Ickmark und Briten Die M. Ickmark führen Krieg gegen die britische Eroberung ihrer Länder Im Jahr 1754 Krieg im Ohio-Tal Frankreich und Großbritannien kämpfen um ein Territorium am westlichen Rand der 13 Kolonien In den Jahren 1756 bis 1763 Siebenjähriger Krieg Frankreich und Großbritannien kämpfen in einem Weltkrieg um Vorherrschaft, unter anderem in Nordamerika Im Jahr 1759 Großbritannien erobert Québec Im Jahr 1763 Frieden von Paris, Großbritannien gewinnt Kontrolle über ganz Neufrankreich Neufrankreich wird eine britische Kolonie unter dem Vertrag, der den Siebenjährigen Krieg beendet Hintergrundinformationen über Neufrankreich Europäische Bevölkerung Ja, Bevölkerung Im Jahr 1700 gab es 15.000 Kolonisten Im Jahr 1760 gab es 65.000 Kolonisten Religion Die Kolonisten in Neufrankreich waren fast alle französisch und katholisch Als Frankreich die Kolonie von Neufrankreich in Nordamerika aufbaute, war eines seiner Ziele die Bekehrung der First Nations zum Katholizismus Regierung Frankreich errichtete zuerst Monopole im Pelzhandel in der Erwartung, dass Neufrankreich aufblühen würde Der Pelzhandel war erfolgreich, die Kolonie aber nicht Die Kolonie hatte nur wenige Siedler und war zum Überleben noch immer von Versorgungsgütern aus Frankreich abhängig Pelzhändler sahen wenig Grund, die Situation zu verändern Der Pelzhandel benötigte nicht viele französische Siedler, um erfolgreich zu sein Er benötigte Beziehungen mit den First Nations Pelzjägern und Händlern 1663 gab Frankreich seine Strategie auf Sie errichteten Händlermonopole, um die Kolonie aufzubauen Die französische Krone übernahm direkte Kontrolle über Neufrankreich und regierte es wie eine Provinz von Frankreich Sie unternahm auch Schritte, um mehr Kolonisten nach Neufrankreich zu locken Und sie förderte Landwirtschaft und Industrie in Neufrankreich, damit die Kolonisten selbstständig ihre Bedürfnisse erfüllen konnten Ökonomie Der Pelzhandel war die wichtigste wirtschaftliche Aktivität von Neufrankreich Im Pelzhandel wurden Pelze aus Neufrankreich, besonders Biberpelze für die Herstellung von Hüten, nach Frankreich geliefert Um im Pelzhandel erfolgreich zu sein, gründete Neufrankreich Partnerschaften mit den Aundat, den Anishinabe und den Inno, unter anderem First Nations Hintergrundinformationen über die 13 Kolonien Europäische Bevölkerung Im Jahr 1700 gab es 250.000 Kolonisten Im Jahr 1760 gab es 2.500.000 Kolonisten Religion Die Kolonisten in den 13 Kolonien waren meist aus protestantischen Ländern wie ZB Großbritannien, Deutschland, Schweden und Holland In manchen Fällen kamen Kolonisten gezielt nach Nordamerika, um ihre Version von Protestantismus ausüben zu können Im Allgemeinen legten die 13 Kolonien keinen großen Wert auf die Bekehrung der First Nations zu ihrer Religion Regierung In den 13 Kolonien hatte jede Kolonie ihre eigene Regierung Großbritannien kontrollierte diese Regierungen auf zwei Arten, entweder ernannten sie ihre Gouverneure direkt, oder sie etablierten Charta, Gesellschaften oder Gruppen von Grundbesitzern, die dann ihre Gouverneure wählten Gewählte Versammlungen spielten auch eine Rolle in den meisten Regierungen der 13 Kolonien Ökonomie Die 13 Kolonien nutzten das Land intensiv, um Agrarprodukte wie ZB Weizen, Mais, Tabak oder Reis, und Vieh für Großbritannien, für britische Kolonien in der Karibik und für sich selbst zu erzeugen Anders als Neufrankreich gründeten sie keine Partnerschaften mit den First Nations Stattdessen sahen sie die First Nations als Hindernisse für ihren wirtschaftlichen Wohlstand an und vertrieben sie aus dem Land Hintergrundinformationen über Ruperts Land Europäische Bevölkerung Gering Religion Protestantisch, aber Religion spielte keine große Rolle im Gebiet Regierung Ruperts Land Ruperts Land war ein Pelz-Handelsgebiet unter dem Monopol der Hudson's Bay Company Es wurde 1670 der Company gewährt Es hatte einen Gouverneur, der als oberster Beamter der Company arbeitete Es hatte keine gewählte Versammlung Ökonomie Die Hudson's Bay Company handelte in Pelzen Anders als Neufrankreich baute sie keine Forts im Inland und suchte keine Partnerschaften mit First Nations Völkern Stattdessen verließ sie sich darauf, dass Pelz-Händler direkt zu den Forts in der Hudson-Bucht kommen würden Die Hudson's Bay Company besiedelte ihr Gebiet nicht mit Kolonisten Die Company versorgte ihre Forts aus Großbritannien und tauschte auch mit First Nations Völkern Waren für Lebensmittel ein Fokus auf Forschung Hättest du als Kolonist überlebt? Das Thema Die Kolonisten, die im 17. Jahrhundert nach Nordamerika kamen, stießen in ihrer neu gewählten Heimat auf Unsicherheit und Not Viele Leute betrachten die Überwindung dieser Hürden, durch Entschlossenheit und Kampfgeist, als maßgebend für die Identität und Geschichte Kanadas Warum? Diese Forschung hat das Ziel, dir eine Ahnung von dieser Perspektive zu vermitteln Einstieg Arbeitet in kleinen Gruppen, um herauszufinden, welche Bedürfnisse ihr als Kolonisten habt Schlage die Möglichkeiten für Hinweise zum Brainstorming im Kompetenzbereich auf Seite 392 nach Wähle ein Thema aus deiner Liste aus Sei dir klar über deine Gründe für deine Wahl Du könntest zum Beispiel ein Thema auswählen, das dich am meisten interessiert, oder du könntest auch ein Thema auswählen, das du am notwendigsten für das Überleben hältst Dein Ziel Welche Kriterien können dir helfen, neue Schlüsselwörter zu entwickeln? Welche Kriterien können dir helfen, relevante Informationen, die mit dem Thema im Zusammenhang stehen, auszuwählen? Abschließende Arbeit Glaubst du nach deiner Forschung vom kolonialen Leben du hättest als Kolonist überlebt? Wähle die am interessantesten Informationen aus, die du zu dieser Frage gefunden hast Bereite dich vor, sie im Unterricht zu besprechen Auswirkungen von Kolonisierung auf die First Nations Völker Bereite dich vor In diesem Abschnitt gibt es Geschichten, die Erlebnisse der M. Ickmark, Kichesiprini und Haudenosaunee beschreiben, als französische und britische Kolonien in Nordamerika etabliert wurden Die Geschichten informieren über diese Hauptfrage des Kapitels Welche Auswirkungen hatte Kolonisierung auf die First Nations? Während du diese Geschichten liest Suche nach Beispielen für den Druck zur Anpassung, dem diese Gesellschaften unterlagen Überleg dir mögliche Auswirkungen dieses Drucks erstelle ein grafisches Mittel, wie dieses hier unten Während du liest, fülle die Spalte in der Mitte mit Wörtern oder Zeichnungen aus Fülle die letzte Spalte aus, nachdem du jede Geschichte gelesen hast Gesellschaft Druck zur Anpassung Mögliche Auswirkungen Die Geschichte In diesem Buch stellen die Geschichten echte historische Ereignisse dar und manchmal auch echte Menschen Manche Geschichten erfinden Figuren oder stellen die Gedanken von echten Menschen vor, um historische Ereignisse zu untersuchen Der schöne Pfad Eine Geschichte aus einer Im-Igmark-Perspektive Diese Darstellung von historischen Ereignissen wurde mit dem Rat und der Unterstützung von Orjedor, Mayopukag First Nation erarbeitet Solian schaut dem Priester, der sein kleines Brüderchen tauft, zu Masamuit, einer der spirituellen Leiter der Im-Igmark, meint, dass es wichtig ist, dass die Im-Igmark katholisch werden Wenn die Im-Igmark katholisch wären, würden die Europäer sie als eine katholische Nation anerkennen, eine selbstständige Nation Masamuit sagt, dass die Franzosen dies respektieren werden Er nennt die Strategie der schöne Pfad Die Franzosen stellen für Solians Volk keine Gefahr dar Sie leben auf dem Land, das die Im-Igmark nicht brauchen, weil sie Salzmarschen für ihr Ackerland austrocknen Solians Schwester hat im letzten Frühling einen französischen Siedler geheiratet Seine Cousine auch Die Franzosen sind Freunde und Verbündete Aber Masamuit sagt, dass man über die Zukunft nachdenken muss Jeder hat schon gehört, was im Süden vor sich geht Die Nachricht verbreitete sich durch die Handelspartner und Verbündeten der Im-Igmark Die Briten haben Leute aus dem Land vertrieben Masamuit sagt, dass es gut wäre, auch mit den Franzosen vorsichtig zu sein Solians Bruder ist jetzt also katholisch Jetzt ist Sulian an der Reihe Er schließt seine Augen als der Priester seine Stirn mit dem Wasser berührt Masamuit sagt, dass wenn die Briten sich entscheiden, in M-I-K-M-A-K-I, dem Heimatland der Im-Igmark, einzumarschieren, die Im-Igmark gegen sie kämpfen und gewinnen müssen Sie müssten es tun, nicht nur weil die Briten Feinde ihrer Verbündeten, der Franzosen, sind, aber auch weil die Briten das Land wollen Die Im-Igmark werden auf Leben und Tod kämpfen Wie kannst du erkennen, dass dieses Gemälde, gemalt um 1850, das Im-Igmark-Volk nach dem Kontakt mit Europa darstellt? Die Biberkriege Eine Geschichte aus einer Kiche-Siprini-Perspektive Diese Darstellung von historischen Ereignissen wurde mit dem Rat und der Unterstützung von Stephen McGregor, Kitigan-Sibi-Anishina-Big First Nation erarbeitet Kaponizin kann die Belastung auf den Gesichtern der Erwachsenen sehen Bei einem Überraschungsangriff im Winter eroberten die Haudenus-Anni ihre Insel, die letzte Hochburg der Kiche-Siprini entlang des Kiche-Sibi-Ottawa-Flusses Wir können die Insel nicht zurückerobern, sagt ein Mitglied der Fischersippe, die verantwortlich für die Verteidigung der Gemeinde ist Wir haben nicht genug Krieger, und wir haben keine Gewehre Fluss auf, und, abwärts zeugen die verbrannten Dörfer und zerschlagenen Kanus der Kiche-Siprini von der Zerstörung nach Jahren von Krieg und Krankheit Seit 1629 werden die Kiche-Siprini von den Mohok und Oneida angegriffen, Mitgliedsnationen der Haudenus-Anni Kaponizins Volk nennt den Konflikt die Biberkriege Die Haudenus-Anni wollen das Bündnis zwischen den Kiche-Siprini, den Aundat, den Inno und den Franzosen zerbrechen Das die Haudenus-Anni vom Pelzhandel entlang des Sankt-Lorenz-Stroms ausgeschlossen hat Die Haudenus-Anni haben Gewehre Die sie durch Handel mit ihren europäischen Verbündeten, zuerst den Niederländern und später den Briten, erworben haben Mit dem Krieg kam die erste Welle von neun Krankheiten aus Europa und befiel die Kiche-Siprini 1639 vernichteten die Pocken fast die Hälfte der Bevölkerung Vielleicht sollten wir jetzt zu den französischen Handelsstationen reisen, schlägt der Sprecher vor, seine Bemerkungen wieder aufnehmend Dort finden wir Schutz vor den Haudenus-Anni Kaponizin hat diesen Vorschlag schon öfter gehört, und genauso oft hörte er, dass der Vorschlag abgelehnt wurde Die Priester in den Forz wollen, dass die Kiche-Siprini ihre Bräuche ablegen Sie sagen, dass die Kiche-Siprini katholisch werden und Landwirtschaft betreiben müssen Sie sagen, dass nur Katholiken mit Gewehren handeln dürfen Kaponizin schaut sich im Kreis voller grimmiger Gesichter um Sie überlegen sich den Vorschlag, und diesmal spricht keiner dagegen Brüder und Feinde Eine Geschichte aus einer Haudenus-Anni-Perspektive Diese Darstellung von historischen Ereignissen wurde mit dem Rat und der Unterstützung von Brenda Davis, Kijüge First Nation erarbeitet Tani blickte auf Sie sieht den jungen Mann, der das Langhass betritt Er hat dunkles Haar und dunkle Augen, aber seine Haut ist hell Er sieht müde und verwirrt aus Tani's Bruder bringt den jungen Mann zum Feuer Ihre Mutter hat gesagt, dass sie alle Gefangenen adoptieren sollen Das Dorf hat so viele Leute durch Kriege und Epidemien verloren, dass es ein neues Ziel der Haudenus-Anni wurde, Menschen gefangen zu nehmen und zu adoptieren Die Sippenmütter sagen, dass die Adoption den Haudenus-Anni ermöglichen wird, ihren Bevölkerungsstand zu halten Woher kommt er? fragt Tani ihren Bruder Wir haben ihn knapp außerhalb Montreal gefunden, sagt er Er war mit einer Jagdgesellschaft unterwegs Wir haben sie alle gefangen Die Immunität, die Fähigkeit des Körpers, eine Infektion zu bekämpfen Die Epidemie, die Infektion eines großen Teils der Bevölkerung mit einer Krankheit Welche Auswirkungen hatten Epidemien auf die First Nations? Die ersten Völker aus Nordamerika, Südamerika und Australien hatten keine Immunität gegen Krankheiten, die die Europäer mitbrachten, zum Beispiel Pocken, Masern und Tuberkulose, weil sie mit diesen Krankheiten nie in Berührung gekommen waren Wissenschaftler, die Epidemien erforschen, wissen, dass wenn Krankheiten solche Bevölkerungsgruppen ohne Immunität treffen, viele Leute gleichzeitig krank werden Nur wenige bleiben gesund genug, um die Kranken zu pflegen, oder um sich um Nahrungsmittel oder Verteidigung zu kümmern Bis zur Hälfte einer Bevölkerung kann dabei sterben Historiker glauben, dass eine solche Verwüstung die First Nations und Inuit Völker dezimierte, nachdem die Europäer nach Nordamerika gekommen waren Welche Auswirkung könnte so ein schneller Rückgang der Bevölkerung deiner Meinung nach auf Gesellschaften und Gemeinschaften haben? Dieser Holzschnitt zeigt eine Pockenepidemie unter einem First Nation Volk in einem Gebiet, das von Großbritannien kolonisiert wurde Es ist eine Reproduktion von einem Bild, dessen ursprüngliches Datum unbekannt ist Der Krieg dauert schon sehr lange, aber die Haudenusernäe können es sich nicht leisten, Frieden zu schließen Noch nicht Nicht solange Neufrankreich ihre Feinde, die Aundat, die Kichesipreni und andere, bewaffnet in dem Bestreben, den Pelzhandel zu beherrschen Nicht solange die Bevölkerung von Neufrankreich stetig wächst und seine Siedlungen drohen, sich in das Land der Haudenusernäe auszubreiten Neufrankreich hat nicht viele Kolonisten, bei weitem nicht so viele wie die britischen Siedlungen Aber die wenigen, die da sind, haben sich in der Nähe der Ländereien der Haudenusernäe angesiedelt Die Haudenusernäe sind Verbündete der Niederländer in diesem bitteren Krieg geworden und werden bald auch Verbündete der Briten Die Europäer handeln mit den Haudenusernäe um Gewehre Tani war froh darüber Wie könnte die Haudenusernäe-Konföderation gegen seine Feinde bestehen, ohne Gewehre? Feinde, und jetzt gibt es einen neuen französischen Bruder an ihrem Feuer Tani hebt den Wasserbehälter auf und bereitet sich vor, ihm ein Getränk anzubieten Hier ist der Gusswenter, zwei Reihen Wampum, Vertrag von 1645 Die Haudenusernäe schlossen diesen Vertrag mit den Niederländern, die eine Kolonie im heutigen New York etabliert hatten Der Gusswenter-Vertrag wurde zum Maßstab für alle künftigen Verträge zwischen den Haudenusernäe und den Europäern 1674, als die Briten die Kolonien der Niederländer in Nordamerika übernahmen, akzeptierten sie diesen Vertrag Betrachte die Reihen von dunklen Muschelperlen auf dem Gürtel Einer Reihe repräsentiert ein Kanu und die andere repräsentiert ein europäisches Segelschiff Jedes Fahrzeug ist symbolisch für die Bräuche und Gesetze jedes Volkes, getrennt aber gleichwertig Beantworte Stell dir vor, dass die Leiter der MIGMARC, der Kichesiprenie oder der Haudenusernäe dich eingeladen haben, an einem Gesprächskreis teilzunehmen, um die Zukunft zu besprechen Die Kolonisierung von Franzosen, Briten und Niederländern hat ihre Gesellschaften unter Druck gesetzt Wähle eine Gesellschaft aus Was ist deiner Meinung nach der größte Druck? Warum? Du wirst genau wie jeder andere auch die Gelegenheit zu sprechen haben Perspektiven über Zivilisation Die Anführungszeichen im Titel dieser Seite um das Wort Zivilisation herum zeigen an, dass verschiedene Völker unterschiedliche Meinungen haben, was Zivilisation bedeutet Überleg dir zum Beispiel, wie die Franzosen und MIGMARC sich im 17. Jahrhundert gegenseitig betrachteten Pierre Biard Pierre Biard, ein jesuitischer Missionar bei den MIGMARC, schrieb 1611 diese Perspektive Die Menschen leben in kleiner Zahl und isoliert Sie sind wild, streunen in den Wäldern herum, sind unwissend, gesetzlos und unhöflich Sie finden sich besser, tapferer und klüger als die Franzosen und, was schwer zu glauben ist, reicher als wir Adaptiert von einem Zitat in Räuben 2 weites, Herausgeber, The Jesuit Relations and Allied Documents Cleveland, Burr Brothers, 1896, Seite 173 Mark Lescarbot Diese Perspektive stammt von einem französischen Anwalt und Historiker, der 1606 und 1607 in Arkadien lebte Sie haben Mut, Treue, Großzügigkeit und Menschlichkeit Sie sprechen mit gesundem Urteil und praktischer Vernunft Bevor Sie etwas Wichtiges tun, hören Sie Ihrem Häuptling aufmerksam zu, und eine Antwort wird zu jedem Punkt gegeben Wir nennen sie wilde, aber das Wort ist beleidigend und unverdient, denn sie sind alles, nur nicht dies Adaptiert von Mark Lescarbot, History of New France Toronto, Champlain Society, 1914, Seiten 201, 217. Ein Häuptling der M. Ickmark Ein Häuptling der M. Ickmark hielt 1677 vor einer Gruppe Franzosen diese Rede Glauben Sie mir, wir halten uns für viel glücklicher als Sie Glauben Sie auch, dass Sie uns nicht überzeugen können, Ihr Land sei besser als unseres Ich bin sehr erstaunt, dass die Franzosen so wenig Klugheit haben, indem sie versuchen uns zu überzeugen, unsere Wickwams in Häuser aus Stein und Holz umzuwandeln, die sehr groß und protzig sind Warum brauchen Männer Häuser, die 20 bis 30 Meter hoch sind? Finden wir nicht in unseren eigenen Wohnungen alle Annehmlichkeiten und Vorteile, die sie in ihren haben? Adaptiert von einem Zitat in Christian Leclerc, New Relation of Gaspisie Toronto, Champlain Society, 1910, Seiten 103 bis 104 Beantworte Was prägt die Art und Weise, wie Menschen aus verschiedenen Kulturen sich gegenseitig ansehen? Warum beurteilen Menschen andere Menschen manchmal als zivilisiert oder unzivilisiert? 87 Lerne Neufrankreich kennen Bereite dich vor Neufrankreich war die erste europäische Kolonie, die in den Ländern etabliert wurde, die später Kanada wurden Deshalb musst du Neufrankreich kennenlernen, um die Geschichte Kanadas zu verstehen In diesem Abschnitt findest du Kurzbiografien von echten Menschen, die in Neufrankreich gelebt haben und Hintergrundinformationen, die dir helfen werden, ihre Rollen in der Gesellschaft der Kolonie zu verstehen Dieser Abschnitt beantwortet diese Hauptfrage des Kapitels Was charakterisierte die Kolonie von Neufrankreich? Während du über diese Leute liest, denk an deine Kapitelaufgabe Die Informationen in diesem Abschnitt können dir dabei helfen, die Menschentypen und Orte kennenzulernen, die zum Leben in Neufrankreich beigetragen haben Was war die soziale Struktur von Neufrankreich? In Neufrankreich, genau wie in Frankreich auch, war es allgemein bekannt, dass manche Leute wichtiger als andere waren Die wichtigsten Menschen waren in der herrschenden Klasse oder im Adelsstand geboren Diese Menschen waren meist reiche Landbesitzer Innerhalb der herrschenden Klasse war der wichtigste Adlige der König von Frankreich Reichtum, auch ohne Adelsstand, bedeutete Respekt und Prestige Händler waren oft reich Die meisten Menschen hatten weder Adelsstand noch Reichtum Sie waren Bauern und die meisten hatten kein Eigentumsrecht auf ihr Land Die katholische Kirche spielte eine wichtige Rolle in der Organisation der französischen Gesellschaft Die Kirche bot moralische Führung und gründete Krankenhäuser, Waisenhäuser und Schulen Dieses Gemälde zeigt Louis XIV, König von Frankreich von 1643 bis 1715 Louis de Baude, Kumte de Frontenac 1622, 1698 Da ist der Gouverneur Frontenac Was für ein eindrucksvoller Mann Es gibt nichts Selbstgemachtes in seiner Garderobe Die maßgeschneiderte Jacke, der Spitzenkragen, die Schnallenschuhe Es kommt alles direkt aus Frankreich Vielleicht kümmert sich seine Frau um seine Garderobe Weißt du schon, dass sie nie nach Neufrankreich gekommen ist? Nein, sie bleibt immer noch in Paris Sie sagt, dass sie Frontenac dort viel mehr helfen kann Sie bleibt in Verbindung mit den Menschen am Königshof Sie pflegt seine Interessen für die Zukunft mit dem König Und sie beschwichtigt die Menschen, denen er Geld schuldet, dass alles in Ordnung ist Frontenac kam 1672 in Neufrankreich an Er hatte schon viele Höhen und Tiefen erlebt Er war Adliger, der das reiche Leben genoss Und zwar so sehr, dass er viel Geld lieh und sich letztendlich verschuldete König Louis XIV ernannte Frontenac im Jahr 1672 zum Gouverneur von Neufrankreich Diese Ernennung ermöglichte es Frontenac, sein Eigentum zu behalten Sonst hätte er alles verloren, um seine Schulden zu bezahlen Die Menschen, die in diesem Abschnitt porträtiert sind, existierten wirklich Aber jede Kurzbiografie enthält ein Element der Fantasie Was charakterisiert den fantasievollen Teil jeder Kurzbiografie? Louis de Baude, Kumte de Frontenac, prägte Neufrankreich als Gouverneur im späten 17. Jahrhundert Er unternahm Schritte, um die Kontrolle von Neufrankreich über den Pelzhandel zu sichern Dieses Gemälde von John Henry de Rincey, 1852, 1936, zeigt Frontenac, der eine Expedition anführte, um ein neues Pelzhandelsfort am Ontariosee aufzubauen Als Gouverneur leitete Frontenac den Souveränen Rat in Neufrankreich Er hatte große Ideen für die Zukunft der Kolonie, was ihn oft in Konflikt mit anderen Mitgliedern des Rates und mit Händlern brachte Der König, verärgert über diesen Konflikt, rief Frontenac 1682 zurück nach Frankreich In Frankreich versuchte Frontenac den König zu überzeugen, ihm eine neue Stellung zu geben Aber er verlor den größten Teil seines Eigentums und lebte für eine Weile in Armut Ab 1689 war Neufrankreich von Angriffen der Haudenus-Ernée und von Eroberung durch die Briten bedroht Krieg mit den Haudenus-Ernée machte das Leben in der Kolonie besonders schwer Leute hatten Angst, die Felder zu bearbeiten oder Pelze nach Montreal zu bringen Louis XIV, König von Frankreich, beschloss, in die Offensive zu gehen 1665 hatte er schon Soldaten nach Neufrankreich geschickt, Mitglieder der Regimente Carignan Salires Jetzt schickte er wieder Frontenac, einen erfahrenen Kommandanten Frontenac griff die Haudenus-Ernée an und verbrannte ihre Ernten und Dörfer Seine Taktik trug zum großen Frieden bei, den die Haudenus-Ernée im Jahr 1701 mit den Franzosen und ihren Verbündeten schlossen Frontenac widerstand auch den Briten und verteidigte 1690 erfolgreich seine Kolonie 1690 griffen britische Schiffe Quebec an und forderten seine Kapitulation Frontenac schwor, dass seine einzige Antwort von den Mündern meiner Kanonen und Gewehre kommen würde Dieses Gemälde aus 1690 von Émile Rouac stellt die Antwort von Frontenac dar, als er die Kolonie erfolgreich verteidigte Hushö in Neufrankreich Der Souveräne Rat 1663 etablierte der König von Frankreich einen Souveränen Rat, um Neufrankreich nach seinen Entscheidungen zu regieren Der Rat bestand aus Einem Gouverneur, der den König vertrat, das Militär leitete und sich um die Verteidigung der Kolonie kümmerte Er beschäftigte sich auch mit Außenbeziehungen, wie ZB dem Handel mit den First Nations Einem Intendanten, der Verwaltungschef der Kolonie Er war dafür zuständig, die Kolonie in Ordnung zu halten und sie für ihre Grundbedürfnisse weniger abhängig von Frankreich zu machen Er hielt auch Ausschau nach neuen Möglichkeiten, um die Kolonie zugunsten Frankreichs auszunutzen Dem Bischof von Québec, der die katholische Kirche vertrat Die katholische Kirche spielte eine wichtige Rolle in der Kolonie, genau wie in Frankreich Sie bot spirituelle und moralische Führung und gründete Schulen, Krankenhäuser und Waisenhäuser Mitglieder des katholischen Klerus spielten auch eine offene und aktive Rolle in der Führung der Kolonie Der Einfluss der Kirche blieb stark, auch nachdem Neufrankreich im Jahr 1763 eine britische Kolonie wurde Katholiken ließen sich vom Klerus beraten, bevor sie wichtige Entscheidungen trafen und ihr Ansehen war von ihrer Stellung in der Kirche abhängig Soldaten Unter Frontenag kamen viele Soldaten nach Neufrankreich, um die Kolonie gegen die Haudenosaunee und gegen die Briten zu verteidigen Der König wollte, dass sich Männer des Militärs in Neufrankreich ansiedelten Deshalb bot er seinen Offizieren Saigneuris an Die Offiziere wiederum boten ihren Soldaten an, sich auf ihren neuen Ländern anzusiedeln Ein Saigneuri repräsentierte für einen Offizier eine Gelegenheit, sein Leben zu verändern Viele Männer hatten eine Karriere im Militär nur deshalb gewählt, weil sie einen Lebensunterhalt verdienen mussten François de Laval, der im späten 17. Jahrhundert Bischof von Québec war, beeinflusste Kanada nachhaltig Er gründete zum Beispiel ein Seminar in Neufrankreich, in dem Priester ausgebildet wurden Heute ist das die Laval-Universität Jean Talon hatte eine kurze aber einflussreiche Amtszeit als erster Intendant von Neufrankreich Talon förderte die Entwicklung von Industrien, was auf diesem Gemälde gezeigt wird Dieses Gemälde, Canadas First Shipyard, wurde von Waxwoods 1902 bis 1987 gemalt Talon unterstützte auch erhöhte Immigration und die Entwicklung von neuen Nutzpflanzen Mit allen diesen Maßnahmen bemühte er sich, Neufrankreich unabhängig zu machen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Pierre Esprit Radisson 1636 bis 1710 Pierre Esprit Radisson bespricht noch einmal den wagemutigen Überraschungsangriff mit seinem Schwager, Medatio Artes Großeilers Die britischen Pelzhandelsforts in der Nähe der Hatzenbucht werden leicht zu erobern sein Woher wissen sie das? Sie haben den Briten geholfen, die Forts aufzubauen Sie werden zwei französische Schiffe nach Fort Nelson führen Sie wissen genau wie man dahin kommt und wie das Fort versuchen wird, sich zu verteidigen Pierre Esprit war Courreur de Beuys, ein Waldläufer Er arbeitete mehr oder weniger für sich selbst und suchte nach First Nations Händlern und nach Bibern, um im Pelzhandel mitzuwirken Mal stand er auf der Seite der Briten und mal auf der Seite der Franzosen, je nachdem, wer ihm die beste Belohnung für seine Fähigkeiten und Kenntnisse anbot Als Pierre Esprit ein junger Teenager war und gerade frisch in Neufrankreich angekommen war, wurde er während eines Angriffs verschleppt Es gibt nur unvollständige Informationen darüber, wer ihn verschleppt hatte, aber es könnte eine Nation der Haudenosaunekonföderation gewesen sein Er wurde von einer Familie seiner Kidnapper adoptiert, eine übliche Praxis der Haudenosaunekonföderation zu dieser Zeit Sie sahen Adoption als eine Möglichkeit an, ihre Bevölkerung, die wegen Krieg und Krankheit dezimiert war, zu vergrößern Wir wissen aber nicht sicher unter welchen Umständen Pierre Esprit die Haudenosaunee wieder verließ Ist er entkommen oder wurde er freigekauft? Wollte er weggehen oder geschah es unfreiwillig? Was ist ein Courreur de Beuys? Courreur de Beuys bedeutet Waldlöfer Dieser Begriff kommt von der Art und Weise, wie manche Männer in Neufrankreich sich am Pelzhandel beteiligten indem sie in den Wald liefen, um First Nations zu finden und mit ihnen zu handeln Die Courreurs arbeiteten unabhängig, für sich selbst Zuerst unterstützte die Regierung von Neufrankreich diesen unabhängigen Handel Bald danach aber verbot sie unabhängigen Handel Dies hielt die Courreur de Beuys aber nicht ab und sie verkauften ihre Pelze wo immer sie konnten, auch in den britischen Kolonien Wie auch immer die Umstände waren Er kehrte nach Neufrankreich zurück und fand in Montreal seinen Schwager und Bruder im Abenteuer Medard Chouart des Großeilers Pierre Esprit war knapp 20 Jahre alt, als er zusammen mit Medard Montreal verließ um auf eine lange Expedition in den Westen zu gehen in Länder, die für Europäer unbekannt waren Sie kehrten nach einem Jahr zurück, ihre Kanus voll beladen mit den besten Biberpelzen Ihre Augen strahlten, als sie voller Aufregung von einem reichen Pelzgebiet im Norden des Oberen Sees berichteten Sie erwarteten, dass sie als Helden begrüßt würden Stattdessen wurden sie verhaftet und bestraft, weil sie ohne die Erlaubnis des Gouverneurs in den Westen gereist waren und gehandelt hatten Geschlagen aber trotzig, brachten Pierre Esprit und Medard ihre Nachrichten nach Großbritannien Die Briten reagierten sofort darauf, indem sie im Jahr 1670 die Hudson's Bay Company gründeten einen direkten Wettstreiter im Pelzhandel mit Neufrankreich Großbritannien schickte Pierre Esprit und Medard, um die Länder um die Hudson-Bucht herum im Namen Großbritanniens zu beanspruchen Und sie schafften es Sie bauten sogar Forts für die Hudson's Bay Company Aber Pierre Esprit und Medard hatten ihre Strafe wegen illegalen Handels nicht vergessen Nach fünf Jahren Arbeit für die Briten, kehrten sie nach Neufrankreich zurück und versuchten, eine Klage einzulegen Gouverneur Frontenac weigerte sich aber, ihre Klage zu hören Pierre Esprit traf in Neufrankreich Charles Albert de la Cessnaie, der eine neue Pelzhandelsgesellschaft gründete Die Compagnie du Nord, Gesellschaft des Nordens Der König wollte, dass die Gesellschaft mit der Hudson's Bay Company in Wettbewerb trete Also planten Pierre Esprit und Medard ihren Überraschungsangriff auf das britische Fort Nelson in der Hudson-Bucht Der Angriff war sehr erfolgreich und sie nahmen eine Ladung von schönen Biberpelzen mit Aber der Angriff erfreute weder den König noch den Gouverneur Frontenac Frankreich und Großbritannien waren nicht im Krieg Wenigstens nicht zu dieser Zeit Pierre Esprit und Medard mussten eine hohe Steuer auf ihre Beute zahlen Trotz dieses Rückschlags entschied sich Medard, in Neufrankreich zu bleiben Pierre Esprit dagegen reiste nach Großbritannien ab, um wieder für die Hudson's Bay Company zu arbeiten Er kehrte nie mehr nach Neufrankreich zurück Agathe de Saint-Pierre 1657 bis 1748 Agathe de Saint-Pierre sieht heute besonders zufrieden aus, während sie geschäftig durch ihr Atelier in Montreal eilt In ihrem Atelier arbeiten viele Weber Sie hat gerade erfahren, dass der König von ihrem Leinen und ihren Süßigkeiten aus Ahornsirup beeindruckt war Agathe hatte gehofft, dass der König ihr finanzielle Hilfe anbieten würde, aber sie ist nicht enttäuscht Ihr Plan war dieses Mal nicht erfolgreich, aber vielleicht wird er es in der Zukunft sein Ihr aktiver Geist sucht nach neuen Wegen, den König mit ihren selbst angebauten Produkten, hergestellt und konsumiert in Neufrankreich, zu beeindrucken Agathe war klug und lebhaft Sie hatte ihr ganzes Leben lang in Neufrankreich gelebt und hatte zeitweise mit Pelzen gehandelt, Land gekauft und verkauft, Geld ausgeliehen und die Gelder von anderen Leuten verwaltet Ihr Leben war nicht einfach gewesen, aber sie wusste, wie man das Beste daraus macht Als sie 15 Jahre alt war starb ihre Mutter, also hatte sie ihre Brüder und Schwestern aufgezogen, ein Kind war nur knapp einen Monat alt gewesen Sie kümmerte sich weiter um ihre Brüder und Schwestern, auch nachdem sie einen französischen Soldaten geheiratet hatte und acht ihrer eigenen Kinder aufzuziehen begann Hushö in Neufrankreich Händler In Québec, Montreal und Roos-Revires entstanden viele Arten von Geschäften Wenn du durch diese Siedlungen geschlendert wärst, würdest du die Läden von Schmieden, Schuhmachern, Bäckern und Metzgern sehen Viele Händler verdienten ihren Lebensunterhalt im Pelzhandel Sie importierten Güter aus Frankreich und tauschten diese Güter gegen Pelze mit den Inno, den Aundat und den Anishinabe, unter anderen First Nations Sie kauften auch Pelze von Courreurs de Beuys und anderen Kolonisten, die mit Pelzen für ein zusätzliches Einkommen handelten Die Händler verschifften diese Pelze nach Frankreich, wo sie, hoffentlich, mit Gewinn verkauft wurden 1700 löste der Untergang eines Versorgungsschiffs aus Frankreich einen Mangel an Leinen und Wolle in Neufrankreich aus Agathe entschied sich, Leinen selber herzustellen Sie experimentierte mit Rohstoffen, die örtlich vorhanden waren Nesseln, Rindenfasern, Kottenwied und auch mit dem wollartigen Haar des Büffels Ihre Experimente wurden zu einem ernsthaften Geschäft und sie begann, Leinen und Wolle in Montreal zu weben Sie kaufte neun englische Weber frei, die von den Inno oder vielleicht von den Anishinabe während Gefechten mit den britischen 13 Kolonien gefangen worden waren Unter Agathes Leitung und mit Webstühlen kopiert von dem einen Modell, das sie im Dorf gefunden hatte lernten diese Weber andere Weber an Jean-Alexis Lemoine 1680 bis 1754 Jean-Alexis Lemoine schaut den jungen Mann in seinem Laden mit einem vielsagenden Blick an Das Leben im Pelzhandel Hat er eine Ahnung, was noch alles auf ihn zukommen wird Die Fliegen, die Hitze, der Regen Die erschöpfende Arbeit, um die Kanus aus und wieder neu zu beladen und um alles um die Stromschnellen herum zu tragen Er wird eine Pistole brauchen und ja, ein gutes Messer würde nicht schaden Klar kann Jean-Alexis ihm alle diese Sachen verkaufen, wie auch alles weitere, was ein Voyager braucht Nicht aber kräftige Arme, einen noch kräftigeren Rücken und Abenteuerlust Jean-Alexis erinnert sich an das Gefühl, frei und kräftig zu sein Wenn er jung wäre, hätte er es wahrscheinlich noch einmal getan Wie bitte? Eine Pfeife? Aber natürlich, jeder Voyager braucht eine Pfeife Jean-Alexis wurde in Neufrankreich geboren und verbrachte seine Jugend als Voyager und Pelzhändler Keine Landwirtschaft für ihn Jeden Frühling ging er als angeheuerter Mann zu der Flotil von Kanus, die sich in Montreal sammelten Die Kanus wurden mit Handelsgütern aus Frankreich beladen, wie ZB-Gewehren, Leinen, Metalltöpfen und Messern Die Voyagers paddelten die Kanus den St. Lorenz-Strom und den Ottawa-Fluss hinauf und steuerten zu den Forts im Westen In den Forts übergaben sie die Güter und holten die Pelze ab, die First Nations wie die Anishinabe über den Winter gehandelt hatten Danach kehrten die Voyagers um und paddelten nach Montreal zurück, wo sie vor dem Herbst und der Frostperiode ankamen Jean-Alexis verdiente auf diese Weise ein bisschen Geld und als er geheiratet hatte, eröffnete er einen kleinen Laden in Montreal Wo er seine Waren den Voyagers und den örtlichen französischen Truppen verkaufte Jean-Alexis war kein gewöhnlicher Ladeninhaber Er hatte das Talent, ein Geschäft zu führen, aber er hatte auch Beziehungen Seine Schwestern hatten zum Beispiel in Familien eingeheiratet, die Einfluss auf die Regierung der Kolonie und auf die Händlerklasse hatten Seine zweite Frau war die Tochter von einem der wichtigsten Händler in Montreal Jean-Alexis handelte auch mit Pelzen, für ihn ein Nebengeschäft und zusätzliches Geld Er traf Vereinbarungen mit Offizieren, die Handelsstationen im Gebiet der Anishinabe leiteten, um sie mit Waren zu versorgen, und bekam dafür Pelze Er kaufte auch Pelze von Menschen, die direkt mit den Inno und den Anishinabe handelten, wie ZB Habitants und anderen, die ihren Lebensunterhalt aufbessern wollten Er verkaufte danach diese Pelze an noch größere Händler, die sie nach Frankreich verschifften Mit dem Geld aus seinen Geschäften kaufte sich Jean-Alexis ein Stück Land nicht weit von Montreal Keinen Saignori, aber einen Platz, den er selber besaß und verwaltete Was ist ein Voyageur? Voyageur heißt Reisender Die Voyageurs waren Männer aus Neufrankreich, die zwischen den Pelzhändlern in Montreal und den Pelzhandelsstationen an den großen Seen reisten, später dann auch weiter nach Westen François-Étienne Cagnet 1688 bis 1751 Es gibt viele Möglichkeiten in Neufrankreich Geld zu verdienen François-Étienne Cagnet ist davon überzeugt und der Bericht in seinen Händen bestätigt es Ein Eisenwerk Er könnte Äxte, Flüge und Herde genau hier in Neufrankreich herstellen Dies wäre sicher besser für alle, für die Kolonisten, die solche Geräte brauchen, für die Händler, die neue Geschäftsgelegenheiten suchten und würde die Abhängigkeit von importierten Geräten aus Frankreich beenden Er soll schon Investoren aussuchen Er soll den König um ein Darlehen bitten Der König wird sich dafür interessieren, ein Eisenwerk in der Kolonie aufzubauen, glaubt Cagnet Es wird der Kolonie helfen, sich in neue Richtungen weiterzuentwickeln und zu blühen, genau wie es der König haben will Cagnet war an vielen Geschäftsunternehmen in Neufrankreich beteiligt, dazu gehörte eine Klebstofffabrik und der Anbau und Export kanadischen Tabaks Sein allerliebstes Unternehmen war aber das Eisenwerk Cagnet fand Investoren und erhielt sein Darlehen 1730 baute er das Eisenwerk, Les Forges du Saint-Maurice, in der Nähe von Troes, Rivieres und verarbeitete Eisenerz aus einer Mine, die zwölf Kilometer entfernt lag Frankreich gewährte dem Eisenwerk die Erlaubnis, die königlichen Schiffswerften in Québec und in Frankreich zu versorgen Es schien, als ginge alles gut Aber ein steiniger Weg lag vor ihnen Das Eisenwerk hatte technische Schwierigkeiten und machte keinen Gewinn Cagnet nutzte seine Beziehungen als Anwalt in dem Steueramt der französischen Regierung aus, um inoffiziell Kredit von der Regierung der Kolonie zu bekommen Er war davon überzeugt, dass wenn er das Eisenwerk in Schwung halten könnte, würde er bald alles und noch mehr zurückzahlen 1741 erkannte Cagnet, dass er nichts mehr tun konnte Er meldete Konkurs an und zog sich zurück auf seinen Saignory am Südufer des St. Lorenz Die französische Regierung übernahm Kontrolle über das Eisenwerk und leitete es bis zu 1763, als Neufrankreich eine britische Kolonie wurde Das Eisenwerk blieb bis 1883, insgesamt mehr als 150 Jahre in Betrieb Hushö in Neufrankreich Die katholische Kirche und der Klerus Die katholische Kirche spielte eine wichtig Rolle in der Identität von Neufrankreich In Europa war die Spaltung zwischen Katholiken und Protestanten tief und erbittert Menschen der zwei Religionen behandelten sich schlecht im Umgang miteinander Großbritannien war zum Beispiel ein protestantisches Land und hatte Gesetze, die Katholiken daran hinderten, in der Regierung zu dienen Solche Maßnahmen führten dazu, dass Leute die Verbindung zwischen ihrer Religion und ihrer Identität zu spüren bekamen Die Jesuiten, ein katholischer, geistlicher Orden, bildeten einen Hauptteil der Präsenz der katholischen Kirche in Neufrankreich Die Jesuiten kamen zu Beginn des 17. Jahrhunderts nach Neufrankreich Sie gründeten Missionen unter den MIGMARC, den Kichesiprini, den Haudenus Arne und den Aundat, um diese Nationen zum Katholizismus zu bekehren Viele Jesuiten lernten und dokumentierten die Sprachen der First Nations 40 Jahre lang, 1632 bis 1672, übermittelten die Jesuiten wichtige Informationen über Neufrankreich und ihre Arbeit dort durch die Relations, einer Art Jahresbericht Ein Jesuit, Pierre-Franç-Vaxavier de Charlevoix, schrieb die erste Geschichte von Neufrankreich, Histoire et Description Generale de la Nouvelle France Die Schriften der Jesuiten, geschrieben aus einer europäischen Perspektive, enthalten eine Vielzahl von Informationen über First Nations Völker und ihre Lebensarten im 17. und 18. Jahrhundert Die Kirche unterstützte auch die Gründung von Schulen, Krankenhäusern und Waisenhäusern in Neufrankreich und spielte eine wichtige Rolle in der Führung der Kolonie Mitglieder des Klerus gehörten zu einer kleinen Gruppe von gebildeten Menschen, die lesen und schreiben konnten Viele Leute ließen sich vom Klerus beraten, bevor sie wichtige Entscheidungen trafen, darunter Entscheidungen, die die Politik und die Ökonomie der Kolonie betrafen Frankreich und die katholische Kirche legten auch hohe Priorität auf die Bekehrung von First Nations zum Katholizismus Dieses Gemälde, gemalt um 1670 von Claude-François, zeigt Frankreich als eine Frau, die einem First Nations-Mann ihre Religion beibringt Welche Herausforderungen von Koexistenz könnte diese Situation darstellen? Sprachen sind lebendig Twas in the moon of wintertime, when all the birds had fled Kannst du die Melodie singen, die zu den Wörtern von diesem bekannten Weichnachtslied gehört? Diese Wörter sind eine Übersetzung Vater Jean de Brébeuf, ein jesuitischer Priester und Missionar in Neufrankreich, schrieb 1643 das originelle Lied in der Sprache der Aundat Margarete Duovie 1701 bis 1771 Die Abendstille begrüßt Margarete Duovie, die am Eingang des Hospital General in Montreal steht Es ist ein besonders langer Tag gewesen, aber Margarete fühlt sich ruhig und sicher in ihrer Mission Was für ein Segen ist dieses Krankenhaus Es braucht Reparaturen, viele Reparaturen, aber mit Gottes Hilfe wird es bald den Kranken und Alten, den Waisenkindern und den Bedürftigen, zu Flucht bieten Sie und die Frauen, die mit ihr arbeiten, werden auf diese Weise noch so viel mehr Menschen helfen können Margarete Duovie wurde in Neufrankreich geboren und heiratete einen Adligen in Montreal Der Kummer war ihr nicht fremd, vier ihrer sechs Kinder starben im Kindesalter Vielleicht spornte dies ihr besonderes Engagement für ihren Glauben und ihre Religion an Nachdem ihr Mann gestorben ist, verpflichten sich Margarete und eine Gruppe von Freunden dazu, den Armen und Kranken zu helfen Sie wurden durch ihre Arbeit sehr bekannt 1747 wurde Margarete von der kolonialen Regierung von Neufrankreich darum gebeten, die Führung des Hospital General in Montreal zu übernehmen, das baufällig und verschuldet war Margarete setzte die Armen und Kranken, die noch stark genug waren, im Krankenhaus ein, um Kleidung zu nähen, Segel und Zelte herzustellen, Kerzen zu machen, Tabak zu räuchern und Brot zu backen Sie sammelte auch auf andere Weise Geld, indem sie Land mietete und Früchte von den Farmen verkaufte, die ihre Gruppe besaß 1753 bekamen Margarete Duovie und ihre Mitarbeiter offizielle Anerkennung von Frankreich und der Kirche Sie wurden die barmherzigen Schwestern genannt, später auch als die Grauen Schwestern bekannt Die Grauen Schwestern gründeten schließlich viele Krankenhäuser in ganz Kanada, unter anderem in Edmonton, Calgary, St. Paul und Lettbridge Margarete Duovie Die katholische Kirche half den Kranken und den Bedürftigen, eine von ihren vielen wichtigen Rollen in der Gesellschaft von Neufrankreich Beantworte Erster beschreibe zwei Beispiele für Menschen, die von der Politik der königlichen Regierung von Neufrankreich beeinflusst wurden Welche Rolle spielten diese Menschen in der Gesellschaft von Neufrankreich? Zweiter beschreibe zwei Beispiele für Menschen, die von den Aktivitäten der katholischen Kirche beeinflusst wurden Kapitel 3 Wiederholung Worum handelte es sich in Kapitel 3? Wie Imperialismus die Entwicklung von Kolonien beeinflusste Wie französische und britische Kolonien in Nordamerika ähnlich und verschieden waren Wie Kolonisierung die First Nations Völker beeinflusste Was Neufrankreich charakterisierte Dein Verständnis überprüfen Erster Nenner ein Beispiel für ein Ziel, das europäische Länder durch Kolonien erreichen wollten Zweiter Wie unterschieden sich Neufrankreich und die 13 Kolonien? Wähle einen der folgenden Aspekte aus, um deine Antwort zu erklären Struktur der Regierung Ökonomische Prioritäten Beziehung zu First Nations Dritter beschreibe die Auswirkungen von einem der folgenden Begriffe auf die First Nations während der europäischen Kolonisierung Epidemien Imperialismus Missionare Vierter Beschreibe die Rolle einer der folgenden Personen in der Gesellschaft von Neufrankreich Habitanz Habitanz Seignös Händler Der Souveräne Rat Die Katholische Kirche Deine Kenntnisse beweisen Fünfter Stell dir vor, du schreibst eine Ratgeberkolumne für Geschichte geschieht Wie würdest du die folgenden Anfragen von Lesern aus der Zeit von Neufrankreich beantworten? Ein Händler schreibt dir und fragt nach den Möglichkeiten, in Neufrankreich voranzukommen Ein Leiter der Krieg, der bis jetzt keinen Kontakt mit französischen oder britischen Kolonisten gehabt hatte, will Beispiele für die Auswirkungen von Kolonisierung auf die First Nations im östlichen Nordamerika haben Ein junger Franzose ohne Beziehungen oder Besitz will wissen, was das Leben in Neufrankreich ihm bringen wird Deine Fähigkeiten einsetzen Sechster Als Vorbereitung auf ihr Theaterstück über Neufrankreich braucht die Past-Liebes Theatergesellschaft gute Informationen, um Kostüme für ihre Schauspieler zu entwerfen Bereite einen Forschungsplan vor, um der Gesellschaft dabei zu helfen, gute Informationen im Internet zu finden Welche Webseiten würdest du empfehlen? Warum? Liste nützliche Schlüsselwörter oder Sätze auf Beschreibe, warum es vorteilhaft ist, Schlüsselwörter in einer Onlinesuche in Anführungszeichen zu setzen Schau auf deine Arbeit zurück Siebter Was hast du über Neufrankreich erfahren? Welche Einblicke hast du in die Bedeutung von Neufrankreich für die Entstehung Kanadas gewonnen? Warum sind die Canadiens, die Nachkommen der Siedler aus Neufrankreich, als ein Gründervolk von Kanada zu betrachten? Was hast du in die Bedeutung von Neufrankreich für die Entstehung? Was ist in die Bedeutung von Neufrankreich, als ein Gründer in der Siedler aus Neufrankreich? Untertitelung des ZDF, 2020